Hallo liebe Körpernauten und herzlich willkommen zur Folge 44 von KSP Operation Vanilla mit dem Gewinner unseres Shuttle-Stack-Wettbewerbs. Und ihr seht es hier, alle Stimmen sind ausgezählt. Der Shuttle-Stack, der das Rennen gemacht hat, ist der von Brissl. Herzlichen Glückwunsch, du darfst das Shuttle benennen, wenn du möchtest. Sag uns einfach, was wir zukünftig dazu sagen sollen. Aber den anderen Vorschlag, dass alle Shuttle zum Einsatz kommen, finde ich auch ganz nett. Ich werde mal gucken, wie praktikabel das ist. Das hängt auch ein bisschen vom Payload ab. Payload ist auch das erste Stichwort des TARES, nämlich wir wollen ein Payload zur Station bringen, nämlich die P3 bis P5-Strukturen. Die halten nicht nur weitere Heizungspanels oder Abkühlpanels, sondern auch die Solarpanels, die ersten großen Solarpanels, die wir hier mit anbringen. Und das ganze Ding habe ich schon vorgebaut, aber es passte ironischerweise nicht in den Laderaum. Ich hätte vielleicht mir auch einfach mal die Bilder vorher genauer anschauen sollen, denn auch beim echten Shuttle waren die Solarpanels oder die Strukturen, die nachher die Solarpanels an der Außenwand hielten oder halten von den Trusses, anders verstaut und wurden erst im Orbit zusammengesetzt. Und das bereite ich hier vor mit einer netten kleinen RCS-Konstruktion, die sich dann selber mehr oder weniger zusammensetzt. Wir müssen da ein bisschen erfinderisch sein, denn wir haben ja keinen Kanadarm. Kanadarm? Kanadaarm? Die haben so eine tolle Contraction, nennt sich das, wenn die Worte zusammengezogen werden. Aber Kanadarm klingt irgendwie im Deutschen nicht ganz so schön, weil Darm. Aber lasst uns nicht weiter über Darm sprechen. Ja, also diese Konstruktion hier dient dazu, sich selber zusammenzusetzen im Orbit, bevor es dann final dockt. Und dafür musste ich unseren wunderbaren Adapterknoten da entfernen, an dem ich vorhatte, in Zukunft noch ein paar Inline-Reaction-Wheels zu befestigen. Aber das muss warten. Man sieht hier, dass ich RCS-Düsen an diesen Dingern anbringe. Die müssen natürlich in der Lage sein, zu manövrieren. Das heißt, ich habe diese Vierer-Ports in die Mitte gepackt. Und die kleinen Linearen-Ports habe ich dann an die jeweiligen Enden gepackt. Und jeweils vier. Ja, und damit sind wir zum Start bereit. Und der Aufstieg, den habe ich gleich ein wenig versemmelt, indem ich erst mal falsch geneigt habe, aber habe das dann schnell wieder in den Griff bekommen. Brizzles Deck ist da ja durchaus, ja, der vergibt einem auch mal einen kleinen Steuerungsfehler, obwohl man gar nicht mehr viel zu steuern hat. Ich hätte auch selber nie entscheiden können, welcher Stack das Rennen macht. Ich bin froh, dass mir die Kommentare das so einfach gemacht haben. Nach meiner Zählung führt Brizzles mit neun Stimmen und, oder er führt mit vier Stimmen, hat neun und nice one, hat fünf und neun, kommt gleich dahinter. So, das ist eigentlich auch ein sehr, sehr knappes Rennen war in jederlei Hinsicht. Ja, der Aufstieg erfolgt unter der Flugbahn der ISS oder der KSS. Und ich habe es genauso gemacht, wie vorher schon mal angekündigt. Also, ich habe gewartet, bis wir so ungefähr 10.000 Meter haben und dann einfach auf den Prograde-Vektor gestellt im Autopilot und das Ding von alleine aufsteigen lassen bis zu einer gewissen Höhe. Und mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass ich ein paar Mal probiert habe, die Inklination etwas anzupassen, damit sie sich besser deckt mit der Flugbahn der KSS. Das ist nämlich nicht besonders einfach, diese Linie zu treffen, denn wir müssen zwei Sachen in Betracht ziehen. Wir können, selbst wenn wir optimal positioniert sind und dem Target-Marker sozusagen folgen, dürfen wir nicht vergessen, dass das, was uns angezeigt wird am Anfang, die Surface-Geschwindigkeit ist und nicht die Orbital-Geschwindigkeit. Das heißt, die Addition von Surface- oder die Substraktion von oder andersrum. Surface-Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit über Grund. Das zieht oder das rechnet mit ein, die Rotationsbewegung oder es gleicht sie aus. Das heißt, die Rotationsbewegung, die der Planet macht, die wird nicht mit berücksichtigt, denn man steht ja selber drauf, man übernimmt ja diese Geschwindigkeit. Und das betrifft auch ein Objekt wie unser Shuttle, wenn das auf dem Boden steht. Wenn es dann aufsteigt, dann kommt der Moment, wo die Orbital-Geschwindigkeit, also die Geschwindigkeit über dem Planeten entscheidend wird und nicht die Geschwindigkeit über der Oberfläche. Und man rechnet dann quasi diese Oberflächenbewegung, die Rotation, dann nicht mehr mit rein. So, und das ist in der Regel, merken wir das kaum, wenn wir in äquatoriale Orbits aufsteigen. Aber wenn wir in einen geneigten Orbit aufsteigen, so wie hier, dann ist natürlich so eine Seitwärtsbewegung auf die ganze Rotation des Planeten gerechnet oder einen Tag oder was auch immer man da ansetzt als Maßstab, dann spielt die schon eine Rolle. Und dann ist auf einmal der Orbit nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. Nichtsdestotrotz, wenn man sich an den Target-Marker hält beim Aufstieg, und das haben wir hier auch mehr oder weniger gemacht, zumindest am Anfang, dann ist eigentlich alles ganz gut. Ja, zirkulieren ist, wie ja schon im vorigen Video angekündigt, vergleichsweise einfach. Und ich habe dann ein bisschen Zeit gehabt und habe gedacht, ja, mei, was mache ich denn jetzt? Und habe angefangen, Sprit hin und her zu pumpen, weil ich dachte, ich kann auch die Zeit sinnvoll nutzen. Habe dann angefangen, den Sprit dahin zu tun und in die Flügel zu tun. Und dabei habe ich einen, und das ist auch so eine Sache, die offensichtlich ein wiederkehrendes Thema bei uns ist, dabei habe ich einen entscheidenden Fehler gemacht. Nämlich die saubere Kalkulation von Brissl, was diesen Stack angeht, völlig durcheinander gebracht und meine Mission in ernsthafte Schwierigkeiten gebracht, was man aber erst später merken wird. Und aufmerksame Zuschauer können ja schon mal versuchen zu raten, was da verkehrt gelaufen ist. Und auch das ist eine wiederkehrende Erkenntnis, die man im Rahmen von den Weltraumprogrammen öfter findet. Diese Tatsache, dass man einen Fehlern an der Stelle macht, wo er einem gar nicht richtig auffällt und was dann später Konsequenzen hat, die katastrophal sind. So geschehen bei der Challenger, wo man nicht gewusst hat, dass diese Dichtungsringe bei diesen niedrigen Temperaturen spröde werden. Und was dann erst Stunden später klar wurde, als der Stack mehr oder weniger sich aufgelöst hat. Übrigens nicht explodiert. Der Tank ist einfach geplatzt und natürlich ist auch dabei ein bisschen was in Feuer aufgegangen, aber das meiste war tatsächlich der Druck auf den Tanks, so wie ich es verstanden habe. Oder bei einem Columbia-Unfall, wo ein Stück Schaum sich am Anfang gelöst hat und man hinterher gar nichts machen konnte. Also so oder so wäre die Crew umgekommen, aber wenn sie es gewusst hätten, haben sie aber nicht. Und das sind Fehler. In der Zwischenzeit denkt man, alles ist okay und macht seine Missionen und ist nicht besonders traurig und dann passieren schlimme Dinge. Ja, wir sind inzwischen nach unserer Zirkulation und Inklinationsanpassung, die wir schon oft genug gemacht haben, deswegen habe ich da jetzt nicht noch weiter kommentiert zu, sind wir im Orbit, im Rendezvous mit der ISS. Und wichtige Info. Aktuell läuft dieses Material hier, dieses Material, seit wir die ISS in Rendezvous-Reichweite haben, mit einer Geschwindigkeit oder einer Zeitbeschleunigung von 7. Das heißt, dass dieses Video 7 mal schneller abläuft, als ich es persönlich erlebt habe. Warum ist das wichtig? Das ist deswegen wichtig, um euch zu verdeutlichen, wie ruckelig das Ganze war. Es läuft deswegen auf dieser Zeitbeschleunigung, weil das die minimumsichere Zeitbeschleunigung ist, um 30 Frames pro Sekunde zu erzielen. Denn es läuft aktuell mit zwischen 4 und 5 Frames und wenn man das hoch multipliziert, bis man 30 erreicht, dann kommt irgendwas zwischen 6 und 7 facher Zeitbeschleunigung raus. Und deswegen muss ich es quasi auf dieser Geschwindigkeit laufen lassen. Und es sieht auch gar nicht aus, als sei es so schnell. Das Einzige, woran man es merkt, sind die Kamerabewegungen. Ja, und das macht Navigieren sehr, sehr schwierig. Wir haben uns jetzt zwar genähert, aber wir müssen jetzt natürlich noch die Objekte im Orbit zusammensetzen. Und wir haben unser Trust Structure entkoppelt. Es selber hat keine Fähigkeiten, irgendwie zu steuern, sondern das wird nachher für Stocking anders gelöst. Aber diese kleinen Nebenarme, wo die Solarpanels drauf sitzen, die docken selbsttätig, beziehungsweise hier. Und auch hier sieht man wieder das Problem, was man hat, wenn man niedrige Framerate hat, dann ist das Ganze schwieriger als normal. Und das wird vor allen Dingen deswegen noch relevant, weil auch dann die Physik andere Sachen macht. Die Physik arbeitet quasi im Step mit den Frames. Und wenn die Frames runtergehen, dann macht auch die Physik manchmal verschiedene komische Sachen. Um das zu illustrieren, habe ich gleich mal die Zeitbeschleunigung ausgestellt. Nämlich hier bei diesem Magnetreflex von den Docking Adaptern. Und da! Das ist die normale Geschwindigkeit, mit der ich mir das angetan habe. Und man kann sehen, dass der Adapter wirklich nicht connecten will. Also es ist zäh. Es schwingt hin und her stärker als sonst. Das habe ich so auf die Art noch nicht mal gesehen. Ich habe dann probiert, mit RCS gegenzuhalten. Und dann hat es sich auch noch gelöst. Und ich musste wieder von vorne anfangen und einen neuen Versuch machen. Ja, aber das schauen wir uns dann wieder mit etwas Zeitbeschleunigung an, damit wir nicht völlig wahnsinnig werden. Ja, witzigerweise kann man das Problem mit diesen Schwenks, die durch die Physik Engine kommen, wenn man da beim Docking Adapter ist, lösen. Indem man mehr oder weniger sehr exakt auf diesen Adapter draufkommt. Und das sieht man hier, aber es schwingt immer noch hin und her. Schwing, schwing, schwing. Und zack. Wir sind verbunden. Ich habe ausnahmsweise nicht besonders exakt darauf geachtet, wie die Solarpanels genau dran sitzen. Also Rotation habe ich nicht bedacht. Denn sobald die erstmal ausgefahren sind, passen sie hier ihre Rotation eh der Sonne an. Also sieht man eigentlich nur, wenn sie eingefahren sind. Und ich hoffe, das müssen wir nie wieder erleben, wenn wir die einfahren müssen. Ja, dann wurde es auch schon Nacht und dann wurde das Ganze noch schwieriger. Aber ich habe mich nicht verdrießen lassen. Und es sieht so schön aus, wenn man es beschleunigt guckt. Dann sieht es aus wie ein Muster, ein Muster, ein Muster-Docking. Aber es war es tatsächlich nicht. Und die meiste Zeit habe ich dort auch den Modus verwendet, bei dem man Caps Lock drückt oder die Feststelltaste, sagt man ja auf Deutsch. Und die Taste über der Shift-Taste, um die Feinheit der Docking- oder der RCS-Schübe zu verringern oder zu erhöhen, die Feinheit erhöhen. Es kommt auf jeden Fall nicht mehr so viel Sprit aus den RCS-Düsen, solange man diesen Modus aktiviert hat. Und dass er aktiviert ist, sieht man daran, wenn man links unten schaut, diese Balken, die sonst immer rot sind und die sich hier so fröhlich hin und her bewegen, die sind blau. Das ist also der Hinweis darauf, dass dieser Modus aktiv ist und wir hier mit verringerten RCS-Leistungen für präzisere Steuerung agieren. Was macht man aber, wenn man so eine ruckelige Frame-by-Frame-Docking-Situation hat? Man macht das, was ich auch an anderen Stellen schon mal angeregt habe, was ich nur empfehlen kann. Man verwendet die RCS-Düsen nicht mehr dazu groß, sich zu drehen beispielsweise, sondern man verwendet sie nur darauf, den Pro- und Retro-Gate-Marker anzupassen und zu verbinden oder in Einklang zu bringen mit dem Target-Marker. Und hier docken wir unser letztes Teil an, was wir brauchen, um vernünftig diese Trust-Struktur zu docken. Und man kann hier sehen, wie ich den gelben Retro-Gate-Marker in diesem Fall, aber gleich wird es zum Pro-Gate-Marker, probiere in Einklang zu bringen mit dem lila oder pinken Target-Marker. Das wird man gleich noch mal besser sehen. Hier ist glücklicherweise das Docking relativ einfach. Das heißt, ich orientiere mich daran. Jetzt ist das Target rechts von mir und jetzt fliege ich ein Stück geradeaus. Das heißt, der Pro-Gate-Marker zeigt direkt daran vorbei. Und jetzt drehe ich einfach auf den Target-Marker und verwende kleinere Korrekturen, um sicherzustellen, dass die beiden Marker übereinander sind. Und dann ist das Docking in der Regel perfekt. Und dazu gehört auch, dass man erstmal eine Position herstellt, nämlich die Position, in der man nachher die beiden Einheiten zusammenbringen will. Das heißt, nicht irgendwie so quer da drauf treffen, sondern so wie hier schön parallel bringen. Und jetzt kann man immer noch diese beiden Marker verwenden. Und das mache ich hier. Ich verwende J, K, L und I in erster Linie, um diese Korrekturen zu machen, nach oben, unten, links und rechts, für den Marker. Also ich achte gar nicht mehr auf das Shift, sondern nur noch auf den Marker. Solange ich eine leichte Geschwindigkeit habe, mit der ich nach vorne drifte, und hier habe ich mich nochmal zurückgesetzt, passend zum Voice-Over, aber jetzt nach vorne kann ich dafür sorgen, mit J, K, L und I, dass die beiden Marker übereinander ragen. So, und das hat geklappt. Jetzt fahren wir hier die Panels mal aus und schauen uns das Ganze mal an. Damit ist ein Viertel der Trusses für die Solarpanels jetzt oben. Mindestens eine weitere Mission müssen wir damit noch fliegen, um diese komplexen Truss-Strukturen da hochzubringen. Danach sind es nochmal zwei kleinere, die wir vielleicht in einer Mission fliegen können. Da müssen wir mal sehen. Ja, der nächste Teil unserer Mission ist natürlich das Zurückbringen des Shuttle-Stacks. Oder des Shuttles, des Orbiters. Der Orbiter soll ja landen. Und eine Sache, die ich dafür vorbereiten wollte, und wo ich zweimal was vorbereiten möchte, aber wo ich jetzt sozusagen den ersten Schritt mache, ist diesen kleinen Rover bauen. Jetzt fragt man sich, warum, was soll der Rover, was wird der machen, wofür ist der da. Und man sieht auch, dass da nicht mehr allzu viele komplexe Sachen drauf kommen. Einfach nur Solarpanels, Roverbody und Räder. Und genannt habe ich das Landelicht West. Denn, was passiert ist, ich nehme diesen Rover und rolle ihn auf der Landebahn von der Landebahn runter. Und zwar in diesem Fall nach Westen, aufs Ende, entlang der Flugbahn und postieren da. Und das bedeutet nämlich, dass ich ihn zukünftig aus dem Orbit als Ziel reinnehmen kann und genau weiß, wo die Landebahn ist. Denn das KSC ist kein, ja, als Ziel reinnehmbarer Ort. Aber das Landelicht letztlich schon. Ja, und hier sieht man die Orbit Burn, den ich gemacht habe. Und man sieht hier folgendes. Man sieht, Monopropellant ist noch einigermaßen 30, 40 Einheiten da. Aber anstatt eines leeren Liquid Fuel Tanks haben wir noch mehrere, ja, signifikante Menge an Treibstoff Liquid Fuel da drin. Und keinen Oxidizer mehr. Das heißt, da wir den nicht verbrauchen können, wird er im Tank verbleiben. Wir können ihn nicht ablassen. Und das bedeutet, dass unser Gewicht sich weiter nach hinten verlagert hat. Das kommt zusätzlich zu weiteren schwerpunktbeeinflussenden Sachen, die wir gemacht haben mit dem Orbiter Design. Wir haben unseren Verteilerknoten vorne für diese Mission entfernt. Und wir haben bei der letzten Änderung des Shuttles für den Shuttle Stack diese MK55 Engines hinten reingepackt. Die sind natürlich auch zusätzliches Gewicht. Das heißt, der Schwerpunkt des Shuttles ist ein gutes Stück nach hinten gerutscht. Und solange wir hier nicht allzu viel mit dem Orbiter anstellen, ist das kein Problem. Solange er auf dem Stack war, war das kein Problem. Denn der Stack war das schwerste Objekt. So, jetzt hier beim Wiedereintritt zischen wir mit hoher Geschwindigkeit durch die Atmosphäre. Wir haben diese Wiedereintrittseffekte und ich probiere mit der Nase leichte Korrekturen der Flugbahn. Nämlich, ich versuche dafür zu sorgen, dass wir die Landebahn besser treffen. Und wenn ich meine Nase leicht hebe, dann zögere ich meinen Abstieg etwas hinaus. Logischerweise, denn ich habe Auftrieb. Und wenn ich sie senke, dann mache ich die Flugbahn etwas kürzer. Und das Problem wird hier gleich ersichtlich. Denn auf einmal werde ich einen bestimmten Winkel überschreiten und zack, das Biest dreht sich nach innen. Und wir können von Glück reden, dass sich das ganze Ding nicht da schon in Luft aufgelöst hat und auseinandergebrochen ist. Denn es kommen bei so einem Manöver ja ganz schön viele G-Kräfte. Der Punkt ist, das Shuttle ist nicht mehr stabil. Und dieser Mangel an Stabilität äußert sich dahingehend, dass es, sobald man sozusagen aus dem Luftstrom sich rausbewegt, eine Chance besteht, je nach Angriffswinkel, also ich würde mal sagen über 10% im Moment, eine Chance besteht, dass das Ding von hinten nach vorne kippt und ins Trudeln gerät und mehr oder weniger wie ein Stein zu Boden fällt. Und das ist ein Riesenproblem für mich gewesen. Denn ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon gespeichert. Das heißt, ich konnte nicht mehr, oder ich hatte auch schon geladen, weil ich ja hin und her gewechselt habe, zwischen dem Space Center und dem Orbiter. Ich war also nicht in der Lage, jetzt zum Beispiel zu sagen, ne gut, ich mache nochmal die Wort Flight und alles zurück und passe das Orbiter-Design nochmal an. Nein, ich musste Valentina retten und ihre Kollegen. Und mit diesem Orbiter, der im Grunde nicht flugtauglich war, weil sein Masseschwerpunkt viel zu weit hinten war, nach den letzten Änderungen. Und aus irgendeinem Grund ist es mir dann doch gelungen, ihn halbwegs abzufangen und in einen mehr oder weniger stabilen Gleitflug zu bringen, der natürlich super, super steil war und sein musste. Denn sobald ich den Orbiter wieder im Griff hatte, bestand ja immer noch die Notwendigkeit, ihn sauber aufzusetzen. Und ich konnte auch nicht zu viele starke Lenkbewegungen machen, weil er dann weder instabil geworden wäre. So, das heißt, ich musste die Nase mehr oder weniger immer im Wind lassen und konnte nur leichte Lenkbewegungen machen. Und je höher wir die Nase nahmen oder nehmen, desto geringer wird ja die Geschwindigkeit. Das ist ja ein bekanntes Phänomen. Der Orbiter ist ja ein Gleitflieger und wenn man einen Segelflieger, wenn man da die Nase zu hoch nimmt, dann verliert man natürlich nicht nur vertikale Geschwindigkeit, sondern auch die horizontale Geschwindigkeit. Und wenn man zu viel horizontale Geschwindigkeit verliert, dann bekommt man einen sogenannten Strömungsabriss. Und dann fällt das Ding auch wie ein Stein auf den Boden und lässt sich nicht mehr kontrollieren. Das heißt, das waren die Risiken, die bei dieser Notlandung zum Tragen kamen. Und das bedeutet natürlich auch, da hinten sieht man den K2, der uns jetzt trennt vom KSC. Das KSC ist auf der anderen Seite von diesem Berg. Wir werden also nicht mehr auf der Landebahn landen können, sondern wir müssen uns eine neue Landefläche suchen. Und hier habe ich mal reingeschaut, wie hoch wir eigentlich über Grund sind. Da ist die Radarhöhe und auch die Sinkrate. Die Sinkrate sehen wir aber auch oben, wenn der Zeiger da oben auf der Urposition 9 steht. Jetzt sind wir wieder hier, aber da kann man die Sinkrate auch sehen. Das ist der untere. Da sind wir bei ungefähr 11, 12, 13 Metern pro Sekunde, die wir fallen. Also wenn der Zeiger hier bei dieser äußeren Anzeige neben der generellen Höhe auf 9 Uhr zeigt, dann ist man bei 0 Metern Fallgeschwindigkeit. Das ist unser Ziel für die Landung. Landegestell ist draußen. RCS habe ich noch zugeschaltet. Die letzten Tropfen, um dafür zu sorgen, so gut wie möglich die Nase hochzukriegen. Und zack. Ups. Und zack. Aufgesetzt, erstaunlicherweise haben wir es trotzdem noch geschafft, unsere Valentina und ihre Kollegen heil zurückzubringen. Ja, und das obwohl wir ein ganzes Stück noch vom KSC entfernt sind, wie man gleich sehen wird. Ja, und die Zwillingsmission dazu, nämlich die andere Seite des Trusses. Wer das mal sehen will, wie ich das in Echtzeit fliege, der ist herzlich dazu eingeladen, heute Abend im Stream vorbeizuschauen, denn da werde ich diese andere Mission fliegen. Für die, die nicht Zeit haben, um 20.30 Uhr in den Twitch-Kanal zu schauen, für die wird morgen natürlich der Twitch-Stream auf YouTube verfügbar sein. Und da könnt ihr das dann nachholen. Also heute Abend, die zweite Hälfte dieser Mission auf Twitch. Ab 20.30 Uhr sperren wir spielen. Und ganz zuletzt spiele ich eine schöne Session KSP. Ja, und hier sehen wir, wir haben ungefähr 66, etwas um 60.000 Credits zurückbekommen. Das ist ganz okay, wenn wir gelandet hätten, dann wären es sicherlich mehr. So kostet die Mission aktuell 150.000. Ich bin nur froh, dass alle gesund sind. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!